The Legend of Zelda Majora's Mask. Fast 20 Jahre danach. Was sind eure Erinnerungen an Zelda Majora's Mask? Habt ihr es zu Release in eurer Kindheit gespielt? Als Erwachsener? Oder erst deutlich später? Ich erinnere mich, wie ich das Spiel als 10-jähriger Knips zu Weihnachten bekam. Und zwar ohne Expansion Pack. Als jemand, der damals einen PC besaß, dachte ich, man könne das Spiel sicher ohne die Rahmenerweiterung spielen, nur eben mit Abstrichen. Nach der nüchternen Enttäuschung kaufte meine Mutter mit mir zusammen für 150 D-Mark das Expansion Pack. Für sie war es selbstverständlich, denn ohne würde das Spiel ja nicht funktionieren. Danach tauchte ich in eine völlig neue Welt ein. Anders als jedes andere Zelda, was ich zuvor spielte. Majora's Mask ist finster. Und die Ambivalenz zwischen der schwermütigen Prämisse, dem bedrohlichen Mond, der in drei Tagen alles Leben in Unruh statt und vermutlich ganz Termine auslöscht, und dem fröhlich heiteren Leben vieler Bewohner und ermalt von der aufgeweckten und verspielten Hintergrundmusik in der Stadt, stehen im starken Kontrast und wirkt dadurch wesentlich tragischer als in allen anderen Zelda-Spielen zuvor. Einige Bewohner kommentieren vom ersten Tag an den näher kommenden Mond, reden über eine mögliche Flucht, doch erst am letzten Tag zeigt sich die Wirkung bei vielen Bewohnern. Der sonst so unerschrockne Schwertmeister kauert verängstigt in seinem Versteck. Der Postbote wünscht sich fliehen zu können, was leider nicht auf seinem Plan steht. Die Angestellten des Gasthauses fliehen auf die Romani Ranch. Unruh statt, bezeichnet nach dem Schwingsystem in einem mechanischen Uhrwerk, wird sein Name gerecht und wirkt zwiegespalten, pendelnd in einem Limbus irgendwo zwischen Apathie und Unruhe. Ja, Zelda Majora's Mask ist verdammt finster. Aber es ist auch ein verdammt gutes Spiel. Ein Spiel, das bis heute in seinem Genre in der gesamten Spielserie an sich einzigartig ist. Alles in dem Spiel dreht sich um den Dreitageszyklus, an dessen Ende die Welt von Termina entweder von einem rollenden Inferno zerstört wird oder Link diese Katastrophe verhindert. Oder in die Zeit zurückreist, zur Morgendämmerung des ersten Tages, um mithilfe von vier Gottheiten den Aufprall des Mondes zu verhindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zeitreise wird aus zwei Gründen zu einem wichtigen Faktor in dem Spiel. Zum einen reichen drei Tage nicht aus. In der NTSC-Version, die etwas schneller läuft als die PAL-Version, sind 72 Ingame-Stunden in etwa 54 wirkliche Minuten, wenn die Zeit nicht verlangsamt wird. Zum anderen, und das betrifft viele Nebenquests, finden viele Ereignisse erst zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Tagen statt. Der eine oder andere Nebenquest beeinflusst sogar weitere und je nachdem, für welche Route man sich entscheidet, öffnet oder verschließt sich ein anderer Weg. Wer also wirklich alles vom Spiel sehen will, wird etliche Male zeitlich von vorn anfangen müssen. Wie in Zelda üblich gibt es viel zu entdecken, zu sammeln und viele hilfsbedürftige Kreaturen und Einwohner. In Majora's Mask gibt es neben versteckten sammelbaren Sachen, die man durch Neugier und Exploration findet, auch insgesamt 20 Nebenquests. Davon ein paar kleinere und ein paar größere Geschichtsstränge, wovon nur eine geringe Anzahl Spiel entscheidend sind und am Ende den Abspann zu erreichen. Lästiges Grinten oder ein Levelgate, wie in vielen anderen modernen Spielen, gibt es nicht. Während moderne Open-World-Spiele oft von euch verlangen, ein bestimmtes Level zu erreichen, da die Gegner ansonsten praktisch unbesiegbar werden, löst Zelda dieses Problem durch bedeutende Ereignisse oder Gegenstände. Um zum Meer zu gelangen, braucht Link sein Pferd Epona, das ihr aber nur bekommt, wenn ihr vor der ersten Nacht die Romani Ranch erreicht. Das wiederum ist nun möglich, nachdem ihr das Gronendorf aus dem Eis befreit und das große Pulverfass bekommen habt, um den Fels zu sprengen, der den Eingang zur Ranch versperrt. Dieser Ablauf ist Beweis, dass eine gewisse Geradlinigkeit in einer ansonsten offenen Welt, in der sich Abschnitte nach und nach und sinnvoll eröffnen, auch Vorteile hat. Das oft viel beworbene Sandkastenprinzip großer Open-World-Spiele verkommt oft zur Beschäftigungsaufgabe, die losgelöst von der eigentlichen Handlung und der Charaktermotivation und dessen Ambition ist. In Fallout 4 wurde euer Sohn entführt und anstatt ihn zu suchen, könnt ihr monatelang die immer gleichen Quests erledigen, craften, Siedlung bauen, verteidigen und diese verbessern. Es ist, als würde man zwei unterschiedliche Spiele in einem haben. Es muss nicht unbedingt schlecht sein und solange es optional ist, auch irgendwo vertretbar. Dennoch wirken viele solche Spiele einfach nicht rund. Es reicht nicht, wenn mehrere Missionen euch dazu zwingen, eben unpassende Mechaniken zu nutzen und dann aber so aufdringlich und plump, dass es eigentlich nur nervt. Auf andere Mechaniken, die von Entwicklern extra so designt wurden, dass der Spieler ab einem gewissen Punkt gar keine Lust mehr drauf hat und gegen Bares sogenannte Zeitverkürze anbietet, will ich gar nicht erst großartig eingehen. Das hat mit bedeutungsvollen Inhalten im Rahmen des Spieluniversums, seine Ereignisse und Charaktere nicht mehr viel zu tun. Nicht nur in dieser Hinsicht gehört Majora's Mask zur alten Schule und eröffnet uns einen Blick in eine Zeit, in der noch anders gespielt wurde. Versteht mich nicht falsch, sogenannte Quality of Life Features begrüße ich im Großen und Ganzen. Ich bin keine Zehn mehr und ich kann nicht meine drei Spiele pro Jahr, mehr hat man ja nicht bekommen, acht Stunden am Tag spielen. Es ist auch nicht verkehrt, wenn es trotzdem noch Spiele gibt, wie zum Beispiel die Soulsborne-Spiele, die auf Crestmarker, Minimap und ähnliches verzichten. Nur gänzlich, in allen Spielen, will ich darauf nicht verzichten. Das liegt aber auch an der schieren Größe der Spiele. Wem in einen Red Dead Redemption 2 knapp 29 Quadratmeilen? 29 Quadratmeilen. Zur Erkundung zur Verfügung stehen, der tut sich höchstwahrscheinlich ohne Guide, Karte und oder Marke ziemlich schwer. Hier würden viele Aufgaben zu suchen nach der Nadel im Heuerhaufen verlaufen. Nicht so in Majora's Mask, die Vorzüge einer kleinen, aber dichten Welt. Schon aufgrund der künstlichen Barriere wie eine Wand mit Waldtextur, wirken solche alte Spiele mit ihren kulissenhaften Grenzen fast schon wie Theater. Lassen dadurch aber auch mehr Fantasie zu und lassen euch die Welt wahrhaftig erkunden, ohne Fragezeichen oder Points of Interests strukturhaft abzugrasen. Ein weiterer positiver und glaubhafter Punkt sind die Probleme der Nicht-Spieler-Charaktere. Nicht nur, dass diese im Rahmen ihrer Rolle glaubhaft dargestellt werden, wie zum Beispiel der Postbote, für den Zeit einfach alles ist. Wie alle anderen Figuren auch im Kreislauf des Dreitageszykluses gefangen ist, sich aber dessen ganz und gar bewusst ist, er nicht nur einen internen Plan verfolgt, sondern einen externen Aufgesetzten. Dann die beiden Geschwister, die abends ihre Tanzchoreografie für den Karneval einstudieren und tagsüber darüber grübeln. Nur eine Handvoll NPCs fragen den Spieler direkt nach Hilfe, wie zum Beispiel Romani oder das goldene Seepferdchen in der Bucht. Einige NPCs, wie zum Beispiel Kremia, fragen indirekt, aber warten auch nicht auf den Helden. Entweder ihr helft oder verpasst das Ereignis. Andere NPCs erzählen euch zwar von ihren Problemen und andere wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und keiner von denen fragt nach Hilfe. Ihr müsst selbst durch Unterhaltung und Kontext darauf kommen, wie ihr den Leuten helfen könnt. Zum Beispiel bekommt ihr die Bremer-Maske, wenn ihr dem Leierkastenspieler einfach nur zuhört. Und wenn ihr seiner Geschichte zuhört, erhaltet ihr den Hinweis, dass die Maske einen großen Anführer gehörte, es sich um die Bremer Stadtmusikanten, also Tiere, handelte und dass jeder unter seiner Führung schnell erwachsen oder reif wurde. Wenn wir also zu Romani Ranch gehen und dann also diesen Typen finden, der sich wünscht, seine Küken noch groß zu erleben, ist es hier nicht abwegig, einfach mal die Maske wenigstens auszuprobieren. Ein Tagebuch hat immerhin alle Questgeber notiert und zeigt euch Uhrzeiten an, an denen Ereignisse stattfinden und ob ihr diesen NPCs Versprechungen gegeben habt. Viel mehr, abgesehen vom Abschluss der Quest, zeigt euch das Tagebuch nicht an. Einige Lösungen mag den einen oder anderen von euch heutzutage auch schon zu weit hergeholt sein, weshalb vielleicht gerade deshalb das Tagebuch für das 3DS-Remake stark überarbeitet und je nach Meinung sogar verbessert wurde. Das Kartenfeature ist nett und nimmt euch die Gedächtnisarbeit ab. Man könnte sich streiten, ob auch damit nicht schon Rätsel anfangen, dass man sich merken müsse, wo jeder einzelne NPC sich zu welchem Zeitpunkt aufhält. An dieser Stelle will ich auch gar nicht auf die Unterschiede zwischen Neuauflage und Original eingehen. Dazu verlinke ich euch ein sehr gutes Video, das ausführlich auf diese Unterschiede eingeht. Majora's Mask hat außerdem eine recht kurze Spielzeit. Mit nur vier Tempeln hat es gerade einmal die Hälfte der Tempelanzahl in Ocarina of Time. Und dabei sind die Tempel nicht mal erheblich größer. Das ist gerade aus heutiger Sicht, wie ich finde, positiv, wo man doch eine Verlagerung zu kurzen Spielerfahrungen erlebt und dies auch oft sogar gewünscht ist. Nämlich aus folgenden Gründen. Es gibt zu viele gute Spiele, die man spielen möchte und man hat prinzipiell zu wenig Zeit dafür. Wenn Spiele dann unnötig gestreckt werden und man selbst für den eigentlichen Haupthandlungsstrang schon endlose Stunden verbringen muss, muss sowohl das Gameplay nicht nur während der Ereignisse, sondern auch dazwischen exzellent sein und die Story so spannend, dass man das Petten nicht mehr aus der Hand legen möchte. Die Leerlaufphasen müssen gering sein, dennoch muss das Spiel einen auch mal verschnaufen lassen. Das ist das, wenn die Leute immer wieder vom sogenannten Pacing sprechen, wörtlich das Tempo. Es bezieht sich nicht nur auf das Tempo der Story, wann welche Ereignisse eintreffen, sondern auch auf die Gameplay-Schleifen, die möglichst abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Ein Tempel in Zelda allein aus Blockschieberätsel wäre ziemlich langweilig. Deswegen sind Räume oft gespickt mit Gegnern, die mal optional, mal obligatorisch zu besiegen sind. Dann gibt es Timing- und Geschicklichkeitsrätsel und Platforming. Dann müssen Gegenstände klug eingesetzt werden und andere Rätsel erfordern formelle Logik. Kurz gesagt, Springen, Laufen, Klettern, Kämpfen und Rätseln müssen sich die Waage halten. Wobei es natürlich je nach Genre einen gewissen Fokus geben darf. Und auch das kriegt Majora's Mask brillant hin. Wer einfach nur das Ende sehen will, das Abenteuer bestehen und die Welt retten möchte, kann das relativ flott erreichen. Diejenigen, die aber noch weiter in die Welt mit ihren Figuren und Konflikten eintauchen und mehr aus dem Spiel holen möchten, haben dazu auch zusätzliche Stunden Gelegenheit. Denn so gibt es neben den Queststrängen außerdem zahlreiche Minispiele wie das Koronenrennen, das Wetsch für Malzora, diverse Schießbuhen und ähnliche Attraktionen. Die Belohnungen sind zwar nicht sonderlich abwechslungsreich, da es eigentlich nur Rubine, Masken, leere Flaschen oder Herzteile gibt. Und wie in vielen Zelda-Spielen sind Rubine selten ein relevantes Thema und Masken haben oft nur eine einzige und sehr spezielle Funktion. Flaschen und Herzteile hingegen machen das Spiel einfacher, letztere vor allem, weil es keine einstellbaren Schwierigkeitsgrad gibt. Zelda war noch nie bekannt für einen hohen Schwierigkeitsgrad. Und tatsächlich bin ich bei meinem kürzlichen Durchlauf nur einmal gestorben, als ich überheblich und unvorbereitet dem dritten Tempelboss gegenübergetreten bin. Grafisch ist die N64-Version nicht gut gehalten, auch wenn das farbenreiche und trotzdem irgendwo düstere Szenario einen gewissen zeitlosen Charme hat. Die Texturen, manchmal kaum mehr als ein Farbverlauf hingegen, sind oft verwaschen, die Geometrien durch die geringe Anzahl der Polygone grob und kantig. Die Effekte wirken auch nicht so leuchtend und befriedigend wie in modernen Spielen und dazu kommt noch eine sehr geringe Framerate von 17 FPS in der PAL bzw. 20 FPS in der NTSC-Version. Trotz allen Abstrichen schafft es Majors Mask eine beklemmende Weltuntergangsstimmung darzustellen, die nicht allein durch Grafik gestaltet wird. Terminas teilweise verrückten Einwohner und vor allem die Musik tragen einen Großteil dazu bei. Die Geometrien schafft es nicht so leuchtend, die nicht so leuchtend sind, die nicht so leuchtend sind. Während das Terminathema stark dem von Hyrule ähnelt und ebenso heroisch und kraftvoll anfängt, wird der mittlere und letzte Part deutlich bedrohlicher und dramatischer als in Ocarina of Time. Die Hintergrundmusik in Unruhstadt variiert von Tag zu Tag, unterstreicht am zweiten Tag das trüb verregnete Wetter und am letzten Tag vor allem in den finalen sechs Stunden die Ohnmacht gegenüber der alles zerstörenden Bedrohung, gegen die scheinbar nur die Flucht in die Vergangenheit hilft. Und was kann man heutzutage noch über das Gameplay sagen aus einer heutigen Sicht, in der sich zahlreiche Mechaniken schon als Standard etabliert haben? Es gibt zum Beispiel kein Crafting in Zelda, es gibt keine Fertigkeiten, die man lernen kann, wenn wir die drei Masken, die links Gestalt verändern, mal außen vor lassen. Was man durchaus negativ bewerten könnte, sehe ich eher als konzentriertes Gameplay. Majora's Mask bietet, was das angeht, wenig Ablenkung und das durchaus einfache Gameplay lässt euch besser auf die Story-Aufgaben und die Rätsel fokussieren. In Skyrim zum Beispiel kann man Stunden damit verbringen, Leute zu bestehlen, einzubrechen, Dinge herzustellen oder sein Haus zu gestalten und einzurichten. Natürlich sind es alles optionale Sachen, zu denen man nicht gezwungen wird. Dennoch braucht mir niemand erzählen, dass er all diese Sachen nicht wenigstens einmal ausprobiert hat. Und das ist auch nicht schlimm, denn jeder macht aus einem Spiel, was er möchte und das Spiel im Rahmen seiner Möglichkeiten und Grenzen zulässt. Aber heutzutage mal wieder ein Spiel zu spielen, das genau weiß, wo es hin will oder anders ausgedrückt nicht auf allen Hochzeiten an der Gameplayfront gleichzeitig tanzen will, ist erfrischend. Trotzdem bekommen wir altbekannte Gameplay-Schleifen durch das Einsetzen diverser Gegenstände, Lösen von Rätseln und eine Unterteilung in Ober- und Unterwelt bzw. Dungeons. Dungeons sind in ihrer erforderlichen Abfolge und schon allein durch ihre geschlossenen Strukturen etwas geradliniger und folgen formelleren Rätseln wie finde den Kompass, finde und erreiche dann die Truhen, finde Schlüssel, um Türen zu öffnen, finde Schlüssel durch Besiegen von Gegnern oder Aktivieren von Schaltern. Dies findet meist in begrenzten Räumen statt, sodass die Lösungen der Rätsel meist oft naheliegend sind. Die Oberwelt hingegen unterscheidet sich durch eine logischerweise offenere Welt, die aber auch andere Herausforderungen bietet. Nicht nur, dass die Exploration eine größere Rolle spielt, sondern Rätsel, die hier gelöst werden können und müssen, umspannen ein viel größeres Gebiet. Wer den beiden Geschwistern in Westunruhstadt helfen will, muss nach der Lösung außerhalb der Stadt suchen. Wenn wir Epona wiederhaben wollen, erstreckt sich die dazugehörige Quest über halb Termina, vom Dorf der Gronen bis nach Unruhstadt und letztendlich bis zur Ranch. Um in den ersten Tempel zu gelangen, müssen wir ein bestimmtes Lied lernen, was wir nur können, wenn wir durch geschicktes Manövrieren den Palast durchqueren und den Affen erreichen, der uns dieses Lied beibringt. Vorher müssen wir jedoch in die Wälder, um der verletzten Hexe zu helfen, deren Boot uns überhaupt erst erlaubt, zum Palast zu gelangen. Das gleiche Schema wird abgerufen, wenn wir zum Wassertempel möchten, erst alle Zora-Eier sammeln müssen, die ebenfalls über zwei große Areale verteilt sind. Diese Abwechslung des Gameplays ist es auch, was Zelda heute noch so gut macht, auch wenn es verglichen mit anderen, moderneren Spielen vielleicht etwas zu formellastig ist. Wenn wir es auf die ebenen Oberwelträtsel, dann Dungeon, dann wieder Oberwelträtsel, dann wieder Dungeon herunterbrechen. Nicht umsonst ist Breath of the Wild in eine andere Richtung gegangen, die dem Spieler eine deutlich stärkere Variation dieser altbekannten Formel zulässt. Der Bruch mag zwar erst etwas stark wirken, aber, ohne Breath of the Wild wirklich gespielt zu haben, da ich leider keine Switch besitze, ist das vielleicht der richtige Schritt, um die Zelda-Serie immer noch relevant zu halten und nicht als eine Hommage der alten Spiele für Hardcore-Fans irgendwo in die Ecke beizustellen. Und trotz der so vertrauten Mechanik, irgendwie wirkt Majora's Mask wie ein Produkt, das im Fieberwahn erdacht wurde. Geschehen die Ereignisse hier wirklich? Wo genau fällt Link überhaupt herunter oder hinein, bevor er auf der Blume landet, wo das Schicksal in Form der Dekogestalt ihn ereilen soll? Warum erscheinen uns während des Falls diese seltsamen Symbole und was hat es mit dem Korridor auf sich, der offenbar Unruhestadts Untergrund mit einem Wald verbindet? Dies sind alles Fragen, die wir uns stellen können, ohne einen Blick in die The Legend of Zelda Encyclopedia zu werfen. Denn diese, bei weitem nicht fehlerfrei, liefert uns auch letzten Endes nur Erklärungen in Form von Interpretationen. So wird Link Teil einer Welt, die vom Skull Kid selbst erschaffen wird. Der Herzenskummer und die unheilvolle Magie der Maske transformieren das Land nach den Terminerinnerungen und der Fantasie des Skull Kits. Die vier Giganten waren ursprünglich seine Freunde und sind letztendlich auch diejenigen, die das Unheil aufhalten, die die Maske bannen und Terminer retten können. Aber was bedeutet es hier, Terminer zu retten? Verweist diese Interpretation der Story sogar noch auf weitaus finstere Bedeutungen? Nämlich der komplette Zerfall des Ichs vom Skull Kid, den Verfall seines Verstandes und das Abschweifen in totalen Wahnsinn? Vielleicht sogar Selbstmord? Wer zum Beispiel Hellblade Senua's Sacrifice gespielt hat, wird diese Gedanken gar nicht so abwegig finden. Aber auch sonst, wenn wir bei der Interpretation der Encyclopädie bleiben, scheint diese Lesart der Geschichte nicht absurd. Und in diesem Fall rettet Link nicht nur irgendein Kind, fehlgeleitet vom Kummer und böser Magie, sondern findet vielleicht auch den Freund, den er laut dem Prolog gesucht hat. Majerus Mask ist also heute noch ein Spiel voller Mysterien, Fantasie, tollen Geschichten und sagen wie akzeptablen Gameplay. Das Klettern, erst ausgelöst beim Gegenlaufen, wird etwas holprig und alles andere als fließend. Kämpfe beschränken sich im Wesentlichen auf die immer gleichen, wenigen Schlagkombinationen mit dem Schwert. Dennoch erfüllen die Kämpfe, die immerhin auch mit anderen Items gewonnen werden können, den Zweck, Gameplay-Mechaniken abwechslungsreich zu gestalten. Die Stärken von Majerus Mask liegen hier aber klar in der Einheit aus Story, Nebenaufgaben, Charaktere und Gameplay. Und irgendwie fast wie das ungeschlagene Link's Awakening, wirkt Majerus Mask in der Tat wie ein skurriler Traum und nicht wie eine authentische Welt. Und wie bei vielen Träumen, aus denen man irgendwann aufwacht, bekommt auch hier einen während des Abspanns, einen Moment der Wehmut, dass die scheinbar nie endende Reise, trotz 3-Tages-Zyklus, irgendwo dann doch zu ihrem Ende kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017